oh mein gott ich muss das leiser machen dann eben bei der bearbeitung vergesst die ganzen hot tub streamer gehen leute der krasseste streamer ist online usumaki khan ich wusste gar nicht dass er streamt oh mein gott schreibt unten im kommentar ob ihr den auch feiert seine rektions legen der beste anime manga rektions die es gibt auf jeden fall heute was geht ab leute ich hab was bekommen das zeige ich euch gleich tada leute wisst ihr was das ist kennt ihr dieses logo kennt ihr dieses zeichen crypto.com baby zweieinhalb monat hat es glaube ich gedauert oh mein gott was für eine geile verpackung it is my pleasure to present you with your crypto.com visa card you can activate and manage it through the crypto.com app our 24 7 in-app live chat support will be able to answer any questions you may have the crypto.com visa card is often the first step into an exciting new world we hope it also proves to be the first step for you to take back control of your money data and identity after all it's a basic human right and only blockchain technology technology can truly deliver on that promise a simple ask if our product works for you tell your friends nothing helps driving adoption better than river utility and a chat about it with a few and a chat about it with a few good friends thank you for joining us on this journey chris masalak co-founder and ceo of crypto.com schwör ich hänge mir das auf wow die ist auch krass die karte das ist nicht so eine plastikkarte crypto.com weiß gar nicht wie viel was ich euch davon alles zeigen kann ich glaube nur das hier kann ich zeigen ich glaube ich kann nur das hier zeigen alter edel hoch 10 ich habe gestern das schon mal kurz erwähnt momentan läuft alles über kommt also versuch so wenig wie möglich noch sachen in euro zu bezahlen also klar miete zum beispiel gestern habe ich bubble tea gekauft die haben nur paypal angenommen also das natürlich immer noch aber alles was ich versuche zu machen ist jetzt über crypto.com für das sache cashback und da kann ich halt direkt mein crypto verwenden also hauptsächlich bitcoin oder dfi und dann rüber auf die decks und dann zu bitcoin und dann zu bitcoin und dann zu cake und dann einfach rüber zu in dem fall crypto.com kann man auch einfach zu beiden ins coinbase und so weiter schicken aber in dem fall einfach hier drauf und dann ist es hier und dann kann man es direkt schnell und super und einfach verwenden ich habe jetzt auch auf fiverr jetzt den auftrag oder die aufträge für das ganze twitch ding mit den subs mit den alerts und sowas mit dem starting screen habe ich jetzt auch damit bezahlt super saftig cashback bekommen also das war auch ein teurer auftrag und ansonsten ja alles was geht eben damit und endlich ist halt da also man konnte es davor auch online verwenden also es gibt eine online version davon siehst du in app die ganzen daten von der von der karte solange du halt noch darauf wartest und dann kannst du schon mal online sachen mit bezahlen und bestellen jetzt kann ich halt auch vor ort endlich machen ja richtig geil abkupon also was heißt abkupon schlechte überleitung aber kommt zwar mit richtig schlechte überleitung so hartson ist am start heute kommt neuer batch raus patch nicht batch so dass meine webseite hongstour und wir waren mal hatten mal ein fotoshoot hatte ich euch da mitgenommen da gab es glaube ich noch keine daily blogs das war glaube ich zwei drei tage vor dem start der daily blogs wir sind übrigens drei wochen wieder am schlaf dass die seite über uns heißt das und das sind die fotos für die alten noch kennt das waren nur so standardbilder von der stadt eingefügt und jetzt haben wir richtig geil hier zum beispiel tun testen tun eingreifen kooperationen also infanzer mäßig bei partner werden haben wir noch kein motiv da hatten wir noch keine idee für motiv also das standard wäre halt so ein handshake gewesen aber darauf hatte ich echt keinen bock also falls ihr eine idee hat ich habe einen kollegen angefragt ob er irgendwie eine geile idee hat aber falls ihr eine idee habt welches motiv man verwenden kann für partner werden gerne her damit jobs zum beispiel gibt es heute keine aber ich überlege mir echten praktikanten zu holen will top auch richtig geiles bild und die sache ist halt jetzt also die bilder sind die 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 fotografin das ist eine kollegin von der freunde des kollegen lange geschichte und die sind unbearbeitet das ist die wo ich die sie mir geschickt hat wo ich die rausgesucht habe die mir taugen und dann hätte sie das eigentlich noch mal kurz bearbeiten müssen irgendwie so kontrastmäßig das was seit fotografen zu machen um das bisschen aufzupeppen und darauf warte ich jetzt schon monat und habe den kollegen schon ein paar mal darauf angesprochen was ist wie sieht es aus wann macht sie das und so und ja ich weiß das ist auf freundschaftsbasis sie hat es umsonst gemacht weil wir freunde sind und so aber trotzdem heißt es dass ich jetzt einen monat und länger warten muss jetzt habe ich das einfach eingefügt und ja wenn sie es nicht macht macht sich das nicht ich denke so sieht eigentlich auch einigermaßen okay aus und die sache ist genau das selber problem haben wir noch mit einem anderen unterpunkt wir haben gleichzeitig auch die Fotos für so funktioniert gemacht genau hier gibt es nämlich sechs sicher sachen Ticket buchen, Freunde rufen, Code einlösen, Gezil lösen, Stadt entdecken und Bilder festhalten haben auch Fotos gemacht und das selbe Ding also da hat sie auch das war am selben Tag da haben wir die gleichzeitig geschossen die hat sie natürlich auch nicht bearbeitet und ich muss die noch dem typen schicken der die Webseite macht weil er hat hier diese coolen icons die liegt dann drüber und dann kann man das auf der Seite einbinden und ja jetzt mache ich das auch ohne dass sie das bearbeitet aber ja was ist das schon schade ich meine auch wenn es gefallen ist kann man doch damit rechnen dass die Arbeit schnell und korrekt gemacht wird oder wie zum Beispiel der Asiate am selben Tag hat er es mir noch geschickt kurz geht raus min.jpg auf Instagram folgt ihm gerne und sagt dass er klasse ist wenn so eine halt über einen Monat braucht trotz mehrmaligen Hinweisen also ja damit muss man sich momentan öfters umschlagen und das langweil mich gerade momentan neuer Bobletealer an den ich abchecken will Bälle sind angekommen also ich habe noch mehr bestellt das sind Choms Bälle der Rest damit der Pool schön aufgefüllt wird und ja den haben wir hier auch noch Bobo Q also das ist nicht Bobo Q aber die haben die Verpackung von Bobo Q also ich sag mal so wenn die Rebranden würden zu Bobo Q und unter dem Bobo Q Franchise arbeiten würden dann wird der Laden wahrscheinlich klasse abgegeben weil in München gibt es auch kein Bobo Q und das ist auch so eine fette Kette also ich glaube nicht dass er gut ist oh ja stabil ja kann man trinken der Typ da drin war jetzt nicht so motiviert ich meine jetzt gleich nicht nur einfach nur ein Bubble Tea Laden aufzumachen der Hype dafür ist nicht mehr so groß vor paar Jahren ging es natürlich noch vor 10 Jahren oder so einfach aufmachen und dann ist die Bude voll heutzutage viel Konkurrenz da muss man sich schon Social Media technisch ins Zeug legen weil die anderen die klasse bei uns abgeben die legen sich echt krass ins Zeug die haben es auch verdient wenn ihr dieses Video hier seht dann sind wir live bei Tatti aus dem Food Truck schaut gerne vorbei und chill mit uns allen Baris ist am Start er hat Fasten gebrochen und kommt morgen also für euch heute für mich morgen für euch heute schauen wir uns am Start noch ein paar Freunde und das ganze wird live streamt live aus Tattis Food Truck dementsprechend schaut vorbei Uhrzeit weiß ich noch nicht genau schreibe ich dann unten in die Kommentare oh yes das reicht aber immer noch nicht also das ist ein guter Anfang wollen wenn zwei Leute drin hocken aber noch so ein 200 Bälle wäre nicht schlecht aber schon mal geil das ist schon mal sehr sehr geil so ich habe mir ein bisschen Curry gemacht wurde mir vorgeschlagen für den Rest der Kokosmilch die ich noch hatte für dieses Hype Getränk von Tiktok ich hatte übrigens die falsche Kokosmilch also es gibt so eine dickflüssige die ist eher zum kochen und dann halt normal zum trinken was wir auch mal von Koko probiert hatten übrigens Koko in letzter Zeit viele krasse Produkte Schaden dass wir keine mehr im Kopf weil die sind echt krass ja auf jeden Fall wenn ihr dieses Video seht dann sind wir hoffentlich irgendwann an dem Nachmittag live von Tattis Food Truck schaut gerne vorbei das war es von mir erstmal wieder Krypto.com gönnt es euch die Karte ist super sachtig 3% Cashback und wer weiß wie viel Crow in der Zukunft wert sein wird weil wir sehen viel Potenzial das auf jeden Fall ihr wisst Bescheid folgt uns auf Twitch Instagram liken, subscribe, kommentieren in Bitcoin in Krypto.com in Defi investieren Mai wird eine Menge passieren glaubt es mir das war es von mir Ciao Ciao Ciao